Es ist bekannt, dass jeder Mann auf dieser schönen Welt einen freien Tag mal hat oder er spart sein Geld. Doch ist er dann kaum aus dem Haus, ja dann geht das Fragen los. Wo ist er denn? Na wo bleibt er denn? Wo steckt der Papa bloß? Wo ist er denn? Na wo bleibt er denn? Wo steckt der Papa bloß? Heute hat der Papa Ausgang, heute hat der Papa frei. Heute macht der Papa Prösterges, was ist denn schon dabei? Als Papa dann nach Hause kam, da war die Freude groß. Fragt sein süßes Frauchen ihn, na Papi, wo warst du denn bloß? Der Papa sagt, es war so schön, glaubst du mir das denn nicht? Ich möchte am liebsten wieder gehen. Es war wie ein Gedicht. Ich möchte am liebsten wieder gehen. Es war wie ein Gedicht. Heute macht der Papa Prösterges, was ist denn schon dabei? Heute macht der Papa Prösterges, Prösterges, Prösterges. Heute macht der Papa Prösterges, was ist denn schon dabei? Heute macht der Papa Prösterges, dass ihr könnt, även waren! Prüstecken, heut kommt der Pfarrer, Prüstecken, was ist denn schon dabei?